Jolan True und willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und willkommen zu einem weiteren Zusatzvideo. Das gibt es ja immer bevor der neue Erzählbogen rauskommt, also auch heute. Und heute gibt es ja das Update 69 Galaxy Quest Crossover. Ich habe in den letzten Tagen in den Videos schon mal darüber gesprochen, was ich von diesem Crossover halte. Aber schauen wir uns das Ganze einmal an. Das Video ist ja immer für die da, die keine Lust haben, sich das alles selbst durchzulesen und sich das einfach mal anzuhören. Und deshalb mache ich das auch jeden Monat, einmal dieses Extra-Video an dem Tag, wo der Erzählbogen rauskommt, um einmal mit dir dann durchzugehen, was uns heute Abend erwartet. Bevor ich das aber tue, noch einmal der kleine Hinweis, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, aber meine Videos magst, abonniere den Kanal doch bitte. Und wenn du das tust, klick auch die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn ein neues Video rauskommt. Meine Meinung zu Galaxy Quest. In diesem Spiel ist dir wahrscheinlich schon bekannt. Galaxy Quest, den Film selber fand ich super. War damals auch sehr geteilte Meinung bei den Leuten. Einige fanden super, andere haben den total schlecht gefunden. Ich fand ihn gut und finde ihn auch heute noch gut und schaue ihn mir heute auch noch an. Aber in diesem Spiel spiele ich halt Star Trek Fleet Command. Und da möchte ich halt Star Trek sehen. Aber jetzt müssen wir damit leben und dann eben auch damit leben, was uns heute Abend erwartet. Im Schnellüberblick haben wir ein neues Schiff. Ja, das wird wieder teuer, wenn ich es euch zeigen will in den nächsten Tagen. Dann gibt es eine Erweiterung des Spiegeluniversums. Es gibt dann diese Galaxy Quest Invasion. Da kommen wir gleich zu, wie zu allen anderen. Neues Allianz-Turnier. Das war angekündigt beim Jahreswechsel von denen. Aber das in Kombination mit der Invasion und so weiter. Also über Qualität, über Quantität braucht man gar nicht zu sprechen. Das, was ich heute hier bespreche, ist alles reine Quantität. Und nach den Lags und den ganzen Bugs der letzten Zeit, weiß ich nicht, was die sich dabei denken. Also du merkst, das wird heute nicht mein positivstes Preview-Video der Zeiten. Dann gibt es neue Offiziere, Missionen, Prime-Forschung, Überholung, Avatare und sowas. Neue Kampfpässe. Da kommen wir gleich auch noch zu. Und noch mehr. Aber es geht halt los mit dem Schiff. Und das Schiff ist das, was ich im Endeffekt letzten Monat schon erwartet habe. Vor dem Wechsel letzten Monat hatte ich das ein paar Mal erwähnt, dass ich damit rechne, dass ein Schiff kommt, das eben entweder schon da ist gegen Spiegelfeinde, aber ganz besonders für das Trellium abbauen im Spiegeluniversum. Und genau das macht jetzt die NSEA Protector. Die ist eben da gegen Spiegeluniversumsfeinde und für das Trellium abbauen. Und ich hatte das erwartet im Zusammenhang mit dem Spiegeluniversums-Erzählbogen, was Galaxy Quest jetzt mit Trellium zu tun hat, das wir aus Star Trek Enterprise kennen. Weiß ich jetzt nicht, aber das bleibt das Geheimnis von Scopely. Auf jeden Fall wird das Schiff noch eine aktive Schiffsfähigkeit haben. Das Omega-13-Device, also das kennen wir ja aus dem Film Galaxy Quest. Werde ich mir dann alles anschauen. Ich mache ja über diese ganzen neuen Sachen dann in den nächsten zwei Wochen, denke ich mal, wird das dauern, noch einige Videos und komme dann zu den Einzelheiten. Aber für die Übersicht heute schon mal ganz interessant. Und es funktioniert auch gegen andere Spieler, so viel kann ich schon mal sagen. Auf jeden Fall gibt es aber auch neue Forschung im Spiegeluniversum, die zum Teil sehr interessant ist. Unter anderem aber auch Kosteneffizienz für die Artefaktgalerie, für den District 56 und so weiter. Wird nochmal interessant, aber auch noch ein bisschen PvP dabei. Wir hatten ja noch nicht genug. Und dann haben wir die Galaxy Quest Invasion. Da kam ja vor ein paar Tagen schon ein Video von Scopely raus und die Ankündigung. Da bin ich noch nicht drauf eingegangen, weil das ist etwas, das will ich wirklich live im Spiel sehen, bevor ich ein Video darüber mache. Da hat mir die Ankündigung nicht gereicht. Das Ganze wird meiner Meinung nach für die Server sehr anspruchsvoll sein. Deswegen in dem aktuellen Zustand der Server halte ich das immer noch für einen Riesenfehler. Aber grundsätzlich wird der ganze Server gegen eine Invasion durch Computerfeinde kämpfen. Und wie das genau funktioniert, darüber reden wir dann die nächsten Tage. Es gibt aber anscheinend einige schöne Belohnungen darüber. Die Protector, das hatte ich vorhin vergessen und damit der ganze Spaß, der damit zusammenhängt, ist natürlich wieder für Spieler Level 40+. Weil es mit dem Spiegeluniversum zu tun hat, was auch nur 40+, ist auch dieses Schiff schon wieder nur 40+. Da werden sich einige jetzt wieder aufregen, aber zumindest an der Invasion können alle teilnehmen, die Level 25 plus sind, wie bei den Incursions, also den unendlichen Einfällen. Auf meinem Server dürfte das da keine großen Probleme geben, weil ich glaube, dass so fast jeder ist Level 25+. Da wird es nur ein paar neue geben, die da mal auf dem Server gelandet sind, die das nicht sind. Aber ansonsten alle. Für neuere Server wird es vielleicht ein bisschen problematischer, was das angeht. Aber wie gesagt, auf die Einzelheiten werde ich heute gar nicht groß eingehen, weil das klingt sehr kompliziert. Und das muss ich dann wirklich live im Spiel kommentieren, wenn es dann läuft. Aber was ich kommentieren kann, sind die neuen Belohnungen dafür, für diese Invasionskämpfe. Da bekommt man zumindest für einen der epischen Offiziere Teile, nämlich für Gwen DeMarco. Über die Offiziere reden wir gleich noch. Dann gibt es hier die Baupläne für die NSEA Protector. Es gibt dann neue Token für die drei großen Fraktionen. Da sprechen wir gleich auch noch drüber. Und noch ein paar Belohnungen mehr. Die Belohnungen gefallen mir. Auch die Tatsache, dass man hoffentlich die ganze Protector darüber freischalten kann. Darauf kann ich nur leider dann nicht warten, wenn ich für meine Zuschauer Video machen will, wie die funktioniert und so weiter. Da werde ich dann sicherlich heute Abend mal wieder 100 Euro ausgeben dürfen, alleine dafür. Deswegen kleiner Hinweis an der Stelle. In den angepinnten Kommentaren gibt es auch einen Weg, wie man meine Arbeit unterstützen kann. Denn es wird gleich noch teurer. Aber vorher sehen wir nochmal die Ankündigung der neuen Allianz-Turniere. Die kommen nicht heute Abend. Die kommen etwas später. Damit das nicht alles aufeinander kommt. Aber wie das dann aussieht, bin ich sehr gespannt. Habe ich mich eigentlich sehr gefreut seit der Ankündigung zu Silvester. Aber in dem Qualifier steht drin, dass alle Server aus einer Region, das müsste ja bedeuten, alle EU-Server gegeneinander antreten für die Leaderboards. Und wenn ich mir dann überlege, dass die ältesten EU-Server gegen die neuesten EU-Server antreten. Wie wollen die neuesten Server denn da irgendeine Chance haben gegen Server, die voll mit Level 70 Spielern sind. Also das bin ich sehr gespannt, wie das aufgeteilt wird. Die sagen zwar, es gibt fünf Ligen im Hauptevent. Aber die Aufteilung wird tatsächlich auch nochmal sehr gespannt. Aber natürlich generell habe ich mich sehr, sehr auf ein Allianz-Turnier gefreut. Habe aber gedacht, dass das dann tatsächlich die Allianzen auf dem eigenen Server sind, die gegeneinander antreten. Aber auch das schauen wir uns dann, wenn es läuft, nochmal in einem separaten Video an. Dann gibt es vier neue Offiziere. Zwei epische, einen hatte ich erwähnt, Gwende Marco, da kommen wir gleich zu. Aber der erste ist Jason Nesmith. Bei dem rechne ich damit, wenn Scopely nicht wieder alles umschmeißt, dass wir Jason Nesmith dann die Möglichkeit haben, über das Rekrutier-Event fürs Ausgeben von Material. Das werden wir sehen. Der bringt auf jeden Fall Fähigkeiten mit, die man für die Invasion braucht. Gwende Marco bringt Fähigkeiten mit gegen Amadas und diese Invasion. Und die zwei seltenen Offiziere, die dann noch kommen, Sir Alexander Dane, der bringt Loot gegen Spiegelfeinde, was ich gut finde. Also mehr Beute. Deswegen bin ich schon interessiert, ihn zu kriegen. Aber wenn das ist wie beim letzten Event oder beim letzten Erzählbogen, befürchte ich, dass man die beiden nicht unbedingt im Spiel bekommt, die jetzt kommen. Nämlich auch Laliari, die die Cooldown-Zeit für die Protector, für das Omega-13-Teil da reduziert. Da befürchte ich, die beiden wird man nur bekommen jetzt im Moment, indem man sie kauft. Aber auch das werden wir sehen. Ich lasse mich da mal überraschen. Manchmal gibt es ja auch positive Überraschungen. Aus dem letzten Erzählbogen fehlen mir immer noch zwei seltene Offiziere von den dreien. Dann gibt es natürlich ganz normal wieder neue Missionen. Diesmal Galaxy Quest Missionen. Die werde ich üblicherweise wahrscheinlich den Großteil wieder mit der Discovery machen und schnell abfliegen. Und dann nur, wo es dann doch mal einen großen Feind abzuschießen gilt, da mein größeres Schiff holen. Aber die Missionen kann ich normalerweise sehr gut am ersten Tag sofort machen mit der Discovery. Das ist eigentlich gut machbar und damit auch das Event dazu abzuschließen. Dann gibt es neue Überholungen und Prime-Forschung. Wie das genau aussieht, werden wir uns dann angucken. Es gibt eine Prime-Effizienz-Forschung für verbotene Technologie und eine Prime-Forschung für Konstruktionsgeschwindigkeiten. Wie man die bekommen kann, da gehe ich mir auch davon aus, wie üblich, erstmal nur überkaufen. Und dann gibt es eben zwei neue Überholungen. Die NSEA Field Repair, also Feldreparatur und die Crack Ward. Feldreparatur haben wir in letzter Zeit öfter darüber gesprochen. Da gibt es ja auch ein Video zu, auch zu den Überholungen, die es da gibt. Und die Crack Ward, was dann eher eine Tarnung wohl sein wird für die Protector, wenn ich mir das anschaue, müssen wir schauen, wie die zu bekommen sind, die beiden. Ob man die jetzt auch erst nur kaufen kann oder ob es die dann doch über einen Fraktionsshop gibt. Thema Fraktionsshops ist aber genau das nächste, denn es gibt jetzt ab jetzt auch diese Favors, also die Gefallen in den Fraktionen der Föderation, der Romulaner und der Klingonen. Bis jetzt hatten wir die ja nur bei den Bajoranern in Exborg und Sektion 31. Ab jetzt gibt es die dann auch bei den drei großen Fraktionen, und zwar Hüllengesundheit für G4, G5 und G6 Schiffe. Wie das genau aussieht, wird dann interessant sein, sich anzuschauen. Auf jeden Fall gibt es da so eine neue Art Währung dafür, die eingeführt wird, um die dann freizuschalten. Aber auch dazu gibt es natürlich diese oder nächste Woche noch ein Video. Und dann, deswegen sagte ich das am Anfang schon, wird es zwei neue Kampfpässe geben. Der eine geht vom 16. bis zum 18. August, also ab heute, und der andere dann vom 18. August bis zum 1. September. Und da befürchte ich dann, dass es zweimal gleich teuer wird. Also, dass man nicht die 23 Euro, die ich sonst ausgegeben habe für den Elite-Teil, das werden jetzt wohl 46 Euro, wenn die den aufsplitten. Das ist dann schon, ja, lasse ich mal besser unkommentiert, sonst blockiert mir YouTube das Video. Also, du merkst, ich bin jetzt nicht gerade in Party-Stimmung. Die Bugfixes, die sie dann wieder machen, die Liste kommt mir sehr kurz vor für die Probleme, die wir in letzter Zeit hatten. Aber das ist ja auch immer üblich. Aber da sind jetzt mehrere Sachen, die mich tatsächlich stören. Das Crossover ist wahrscheinlich eine Geschmackssache. Ich bin kein Fan von dem Crossover, weil ich Star Trek spielen will. Die Sache mit der Invasion plus Allianz-Turniere, das auf dem Server oder in einem Spiel, wo die Server ohnehin nicht ordentlich laufen, wo das Versprechen war, Qualität über Quantität, da bin ich einfach im Moment nicht besonders gut gelaunt. Also, ich liebe das Spiel, ansonsten würde ich es nicht spielen und keine Videos darüber machen, das erzähle ich immer wieder. Aber im Moment bin ich jetzt halt nicht der besten Laune. Also, ich bleibe offen für alles. Das heißt, meine endgültige Entscheidung, was ich darüber halte, werde ich natürlich fällen, wenn ich es live im Spiel gesehen habe, wenn ich euch das vorgestellt habe, wie es funktioniert. Da erfährst du dann, wie ich am Ende wirklich gestimmt bin zu den einzelnen Themen. Aber von der Vorschau her bin ich nicht sehr positiv gestimmt, was uns da heute Abend erwartet und dann natürlich auch im Rest des Monats, weil ein paar Sachen ja verzögert kommen. Aber lass es uns anschauen und dann kriegst du meine endgültige Meinung. Wenn du positiver drauf bist jetzt gerade als ich, dann schreib es bitte in die Kommentare. Du weißt entgegengesetzte Meinungen auch immer gerne. Und wenn du für die Zeit nach den Videos über das ganze neue Zeug, also ich denke mal so in zwei Wochen, noch Video-Wünsche hast für andere Themen, dann schreib es bitte auch in die Kommentare oder auf Discord. Du weißt, ich kümmere mich auch immer gerne um Wunschvideos. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, ist das nächste hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.